hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play skyrim immer noch auf der suche nach dem hebel und ich habe so eine ahnung dass wir den übersehen haben vielleicht ist er an der wand so hier oder könnte natürlich auch da drüben sein er da drüben klappen alle wände ab hier ist immer noch nix 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 acht hier griff so machen wir das gemetzel hier fertig so schauen wir mal die haben gold dabei das trifft sich sehr gut wenn ich jetzt noch ein so das waren jetzt zuerst das gold einnehmen eisenbahn kann man auch immer gebrauchen gold so dann gehen wir hier so durch und lassen uns überraschen was da so los ist ich glaube auf dem so könnt ihr denn ich mal etwas richtig machen ach der hat einen kuchen dabei und so ques gehen wir noch hätten und schauen so was hier los ist ach das ist ja gut wort der macht keine zeit zeit verlangsamen schauen wir doch gleich mal auf marquis schreie zeit verlangsamen wir haben schon ein paar aber die können wir noch nicht aussprechen und so wie es aussieht müssen wir hier lang das will wo ach da ist nichts dass wir ja das ist die richtige tür da kommen wir raus und tempel jetzt haben wir gleich wieder eine stufe da können wir wieder ein paar skills erweitern so und wo kommen wir dann hier lang ich glaube hier das ist man meine logische erklärung ach die waren da schön das sind unsere übrigens und da geht es nach draußen himmelsrand auch falsche taste tut mir leid die zwei tasten sind sehr nah beieinander ja engel dass mir größere brauchen größere größere bin ich jetzt der einzige der da rausgekommen ist so le und dann gehen wir da mal schön rauf und wir könnten theoretisch auch wieder schnell reisen machen wir auch nach einsamkeit ja man der ladebildschirm der tickt wieder so wir sind jetzt ist morgen 10 uhr morgens hallo bergblume das befiedern gefällt mir es ist schwierig und manchmal eintönig aber ein guter pfeiltritt so jetzt gehen wir da rein und verkaufen unsere sachen weil die anderen hatten da ja wenig seit ihr eben erst in der stadt angekommen stimmt es also was man sagt es sind drachen unterwegs wo geht's wo geht's mhm tür öffnen ist hier nicht ne so ne ach jess ist es hell ich glaube ich schmiede mir ein neues was bringt beim fall dass die dinge hier in einsamkeit nicht besser werden ich bin der lehrling des schmieds wisst ihr auch der lehrling erschwert sich am fleisch der sturm ente für ein lehrling bist du hier ziemlich adduknacki ja wie lang schleifst du das kack schwer noch achte hier ist er draußen anscheinend haben die kaiserlichen ständen werft einen blick drauf ja ich werfe einen blick drauf aber ich verkauf dir zuerst meine sachen so die spitze gelassen war ja auch der 45 kommt wir rüsten uns mal aus 38 und hier haben wir 45 zeit zurückkommen andere wie so helme so ziemlich alles was ihr braucht ach das ist ein kein zauberer da mehr können wir komm das nehmen wir mal verkaufen wir mal nicht verkaufen 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 und verkaufen was was haben die verursacht 15 prozent höher schaden das ist natürlich gut die triche eisen waren kundum oder was das heißt ja lassen wir uns mal schmiede mal etwas weil so wie es aussieht können wir ach wir haben kein leder schreifen drei leder schreifen fünf eisen waren wir haben einen wir haben keine leder schreifen und nun ja gehen wir den quest abschließen nehmen wir ein bisschen kohl und rüben mit und was alles so rum liegt ach die üben können wir das eigentlich auch üben so wir nehmen das und verkaufen das jetzt haben wir wieder kohle jetzt können wir wieder kohle machen nee kein ärger oder so tut mir leid ach hier wirst du nicht lesen und wir schauen wir mal so um kerker das schloss elend komm können wir ein bisschen rum kraxeln stolzieren oder irgendetwas mal schauen wo wir gerade sind wie es hier so aussieht und wie es aussieht sieht nach nix aus oder einfach nach nix weil wir keine quests oder so dort unten erfüllen müssen zu reden hervorragende arbeitssoldat ich muss zugeben dass selbst ich an ihrer existenz gezweifelt hatte gab es probleme nö das ist nicht eure entscheidung soldat äh ja kann sein also ich brauche jemanden dem ich vertrauen kann eine außerordentlich wichtige nachricht zu jarl balgrov von weislauf zu bringen wir haben aus zuverlässiger quelle erfahren dass ulfrig genug männer versammelt hat um die stadt weislauf anzugreifen weislauf lehnt jedoch die unterstützung der armee ab dieses entschreiben sollte ihn um stimmen seid vorsichtig soldat weislauf das ist meine heimatstadt die nur für die augen des jahres bestimmt sind abgeschlossen die zackenkrone ihr habt eure befehle soldat eine nachricht für weislauf ja aber ihr habt eure befehle soldat wenn ihr waffen oder rüstung benötigt dann sprecht mit bayrand in schloss elend ein wirklich verdammt guter schmied euren überflüssigen krempel könnt ihr im kram mit scharm verkaufen frost ach haben die haben wir die geleert oder vor der küste im osten findet ihr das ach fehlgeschlagen ja wer weiß welche schätze sich noch an bord befinden unbekannt komm dann nehmen wir das auge das wir schmeißen das hin zu für eine kleidung ach gut 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 nierenwurz hab noch einen geleert gesundheit wiederherstellung zaubertränke bekommt ihr ein angelins aromalädchen ne Mensch fehlgeschlagen tut mir leid noch einen mehr alchemie verbessert auf 1 und sich gut 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 so wird das noch ne beenden so wollen wir mal schauen was wir so für tränke gebraut haben ne zutatenbücher können wir das nicht irgendwie zaubertrank wiederherstellen haben wir das nicht ich gehe mal nochmals zu dem achimisten den zauber zauber trank wiederherstellen ok wir haben gesundheit wiederherstellung gut 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 da können wir schon haben und mit diesem brauen werde ich mich verabschieden bis bald zum nächsten mal wenn es heißt let's play skyrim Untertitelung. BR 2018